aber das geld aufteilen funktioniert also ich habe jetzt gerade dollar eingesammelt weil ich habe nämlich jetzt ninja loot mäßig die letzten male alles gesammelt was ich so kriegen konnte so müssen wir jetzt hin irgendwie hochkommen wir müssen jetzt weiter hier ist ein schild da ist ein pfeil drauf da steht trouble also das kann nur die richtige richtung sein wenn die ärger sucht kommt hier hin wir machen nicht start track online oder ist das los da drüben da ist trouble ein mutierter mini psychopath okay gestorben holland wenn wir vorne gedrückt halten was gedrückt halten okay so warten wir hier vorne mal einen moment bis frank wieder da ist alles klar also E drücken ja dann landest du bei der letzten wie hat er die genannten Nerf U, Surf U Station ja ja da wo ich gerade auch aufgeladen habe ach ja das hätte ich vielleicht jetzt auch tun sollen wahrscheinlich habe ich jetzt wieder ich habe Munition für die Pistole bei hole ich mir noch einen Schluck Munition das kann ich machen wobei hier liegt auch noch was in dem Koffer wir haben auch wie wahrscheinlich ein haufen Munition nicht aufgenommen ja ich glaube ich kaufte noch sowas nach sicher ist sicher da so bin unterwegs ich finde solche hunde die worten mit einer auffälligen lampe gekennzeichnet werden das mal jetzt achtung hier kommt ein hund ich fühle mich nur das würde den sinn des ganzen einste also wenn ihr gedrückt haltet sammelt ihr die gesamte munition im umkreis auf ihr brauchen ich möchte auch ja die mussten wir erst mal versticken und dann dann liegt der Munition dann es geht mir schon besser auch noch hier diese komischen die 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 regierung und und wir brauchen das war gut auch die entfernung ja es wird langsam ja 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 Man sollte erst Geld aufheben, wenn alle Leute tot sind. Ja. Oder mit einem Bossfighter. Ja, genau. Sollen wir dafür eine Deadly ... Was ist denn das für eine Knarre? Moment mal. Eine Machine Gun. Kann ich die auch wieder rauswerfen? Jo, mit Leertaste. Warte mal, Peter. Guck mal hier. Ob dir die vielleicht weiterhilft? Kann sein, dass das Snipergewehr tatsächlich nur drei Schuss hat? Meins hat ... Also die Munition ist ja von Waffe zu Waffe unterschiedlich. Meins hat sechs. Meins heißt Rusty Sniper und hat tatsächlich nur drei Schuss. Da hast du einfach nur drei Munition im Moment bei dir. Nein, nein. Ich hab 39 Schuss, weil danach ... ... da ist er. Da ist er. Du hast dir den falschen ausgesucht. Der Nippelman. ... ... ... ... Okay, da ist die Nöder. Ich hab doch wieder... Ich weiß nicht mehr warum die Raskis treiben, Sniper nur drei Schüsse. Ich hab gar nicht Ladebequenz gewählt. Fällt er gerade mit dir hoch oder ist er tot? Nee, ich glaub er ist tot. Gut. Ich komm jetzt wieder aus dem Fahrstuhl raus, nicht dass er dieselbe... Okay, alles klar, ich bin raus. Aber dann hat er sich gerade verschluckt irgendwie. Also wenn du die Zeit zum Zielen hast für das Snipergewehr, ist das echt ne Wucht? Ich hab einen Mediküt entdeckt. Was hab ich denn jetzt hier? Höchst effektiv gegen nackte Haut kann Feinde... The Clipper. Super! Damit hab ich nicht gerechnet! Hier kann ich was nicht aufnehmen. Eine Granate offensichtlich. Na gut, wenn du voll bist. Naja, ist richtig. Aber vielleicht wär das auch für euch. Die liegt da unten. Naja, jetzt sagt er mir auch direkt voll an. Für Beute ist immer Platz. Oh, das sieht aus wie ein Snipergewehr. Gucken wir doch mal, ob das besser ist. Okay, voll. Ein ganzes Stück sogar. Die stöhnt ganz schön, wenn die springt ne? Ach, deine Sirene? Die stöhnt ganz schön, wenn die springt. Aha! Hier ist auch, ähm, Panther-Munition. André, hast du nicht so eine Waffe? Hier wo ich stehe? Ne, im Moment nicht. Also ich hab äh, Sniper-Kollette hier. Und hier wie gesagt Granate, aber kann ich auch nicht aufnehmen. Peter, du stehst da sehr ruhig, alles gut? Ah, jetzt geht's, okay. Ich hab mal geguckt, welchen Inventar, was ich jetzt alles so aufgenommen hab. Deep Repeater, Moment. Ich denke mal, wir müssen zurück abgeben. Das war. Das war der erste Schritt auf deiner Reise. Du musst auf mich hören. Es ist unwichtig, wer ich bin. Zunächst musst du wissen, es gibt die Kammer. Man wird versuchen, dich abzulenken. Du darfst dich nicht zu deinem Ziel kommen. Die Kammer sind hier, und wir finden das nicht. Wappne dich und geh los. Ich beobachte dich. Ob das jetzt unbedingt eine gute Geschichte ist? Ah! Du musst jetzt den gesamten Weg wieder zurücklaufen. Ja, ich glaube, Schnellreise gibt's erst später. Oh, das gibt's dann irgendwann. Ja, gut, die Wege werden wahrscheinlich immer los. Geht doch nix über eine ordentliche Brandwaffe. Wer hat die Köter angezündet? Ich. Hast du das André oder Brandt nicht schon? Nein, nein, ich. Ich habe einen Revolver gefunden, der Elementarschaden vorher mit verteilt. Okay. Da sind auch noch Köter. Verdammte Hacke. Er hat mich aber erschrocken. rein du sau der pet hat ein neues schild gefunden ich habe mir auch ein standard schild gekauft das waren jetzt zwei neue da müssen wir mal gucken man kann die sache auch einfach auswerfen oder geht hier mit schnell reise das müsste man noch wissen wo wir hin müssen warte mal auf der map warte mal der eingang hier ist doch direkt eigentlich an der stadt das war noch nur ein paar wenige meter so erstmal gucken ob die aufnahme beim ladebildschirm überlebt alles gut wie gesagt da hat er sich wahrscheinlich nur versteckt achtung bello moment ich mach dir mit dem scharfschützengewehr guck mal das klappt doch ich lasse euch mal looten und geben abgeben und ich glaube ich kann schon mal ein skill punkt vergeben oh da von hier oben auch die da unten schießen ist gut kann man so auch hoch dich habe ich gesucht man lasse dich nicht von diesen ekligen skykviechern kriegen also ich gehe mal ein bisschen abgeben was sagt man dazu du hast nein tors gekillt du solltest mir ein drink besorgen damit wir das feiern können siehe auf dem schwarzen brett nach ob sonst noch einer einen job für dich hat warum soll ich einem einen drink besorgen wenn ich den typen gekillt habe ich bin ja immer während irgendwelche sachen hier erzählt werden oder so bin ich ja mal ruhig erst mal kriegen wir hier aufs maul nein die schießen hier auf mich ich wollte eigentlich immer kurz zum schwarzen brett um da eine mission anzunehmen aber dann wurde ich von weitem beschossen warum geht es denn hinter dir kommt ich habe ein grünes scharfschützen wiedergefunden cool ach das war es nicht dann lasse ich das mal liegen ist ja wie weihnachten ich habe ich habe ich bin ich belong fanden da der lange donner ja der macht doch deutlich mehr schaden das stimmt jetzt gehe ich noch mal kurz weil es ist ja gerade irgendwie also zum einen ich bin ich bin aber ich bin ich bin ich bin mir ich bin es Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin, aber mit einer Kugel im Leib ist dir das egal. Hier war in dem Regal, war noch mehr drin. Nur etwas nachgelegt, aber die Kisten, die entfalten auch Geld hier. Peter, hast du jetzt noch ein Schild übrig, oder? Er wollte auch gleich noch was machen. Und in den Schränken ist mal wieder Munition und Geld, also da wird nachgelegt. Dann sind sie wieder leer. Ich mag kurz nach Skills. Du weißt, was du brauchst, also verschwinde. Ich habe noch so ein Terribles Cutter Gun, davon habe ich zwei Stück. So, da liegt das andere Schild. So, dann kann ich auch mal so ein bisschen alten Kram jetzt hier verticken, damit wir wieder Inventarplatz feiern. Oh, ich habe Mist gebaut. Du weißt, was du wissen musst. Ach du Scheiße. Ich halte die medizinischen Geräte am Laufen, mehr oder weniger. Er zeigt dir in der Liste der Klamotten, die du besitzt, zeigt er dir nicht an, was du Anliegen hast und was nicht. Ergo habe ich gerade Zeug verkauft, was ich Anliegen hatte, weil ich dachte, ich habe es nicht Anliegen. Als du in den, äh, rüberst oder was? Ja, man muss noch ein bisschen aufpassen. Naja, auch Schaden wird mal klug. Ah, okay, jetzt fallen mir, ich meine, ich weiß nicht, ihr habt das wahrscheinlich längst entdeckt. Ich finde mir erstmal hier oben die, äh, Menüs aufgefallen, dass man da durchschalten kann. Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin, aber mit einer Kugel im Leib ist dir das egal. 1 mal 1. Alles andere steht auf 0. So.